Einer der klassischsten Kämpfe, die wir glaube ich im gesamten Dinosaurier-Kosmos jemals hatten, ist der Kampf Tyrannosaurus Rex gegen Triceratops. Und ich weiß noch genau, damals als ich so ungefähr 10 oder 11 war, da gab es in den Apotheken immer so coole Dinosaurier-Heftchen. Und auch da wurden bestimmte Kämpfe nachgestellt. Unter anderem eben diese sehr inakkuraten Dinosaurier-Zeichnungen von einem aufrechtstehenden Tyrannosaurus Rex. Und jedes Mal war der große Gegenspieler vom T-Rex der Triceratops gewesen. Das ganze Spiel hat sich immer wieder auch in anderen Dino-Büchern wiedergegeben. Und naja, für uns war immer klar, der T-Rex ist hier der Böse in der Geschichte, der Triceratops ist der Held, der gute Dinosaurier, der den T-Rex in die Schranken weist. Ihr habt mir jetzt die Frage gestellt, Tobi, kannst du mal ein Video darüber machen, wie der Kampf Tyrannosaurus Rex gegen Triceratops denn wirklich ausgegangen wäre? Ist das wirklich so offensichtlich, dass der Triceratops die Oberhand gehabt hätte? Oder gibt es hier vielleicht ein paar Aspekte, naja, die wir nicht im Hinterkopf haben? Ich habe den Kampf jetzt mal für euch analysiert und recherchiert. Das ist mein Ergebnis. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Der Kampf zwischen einem Tyrannosaurus Rex, kurz T-Rex und einem Triceratops wäre zweifellos eine beeindruckende Konfrontation zwischen zwei der bekanntesten Dinosaurier und zweifellos auch zwei der beliebtesten Dinosaurier. Beide Tiere lebten während der späten Kreidezeit vor etwa 68 bis 66 Millionen Jahren und könnten sich theoretisch begegnet sein. Hier ist eine detaillierte Analyse des hypothetischen Kampfes. Beginnen wir also erst einmal mit den physischen Eigenschaften. Tyrannosaurus Rex, bis zu zwölf Meter lang und etwa vier Meter hoch an der Hüfte. Vom Gewicht her weist das Tier acht bis vierzehn Tonnen auf. Seine Waffen sind massive, kräftige Kiefer mit einer Beißkraft von etwa 35.000 bis 57.000 Newton. Ebenfalls enthält das Maul des Tyrannosaurus Rex große, messerscharfe Zähne, die bis zu 30 Zentimeter lang wurden und kräftige Hinterbeine für schnelle Sprints. Der T-Rex war vermutlich ein sehr aggressiver Jäger, aber möglicherweise auch ein Aasfresser. Hier gehen die wissenschaftlichen Theorien stark auseinander. Seine größte Stärke war aber zweifellos seine immense Beißkraft, die dazu in der Lage war, Knochen zu zerquetschen. Der Triceratops hingegen konnte eine Größe von etwa 9 Metern in der Länge und 3 Metern in der Höhe aufweisen. Beim Gewicht weist dieses Tier Werte zwischen 6 und 12 Tonnen auf und als Waffen hat der Triceratops natürlich seine drei mächtigen Hörner. Zwei über den Augen und eins auf der Nase. Ebenso können wir dem Tier ein mächtiges knöchernes Nackenschild zuweisen, welches zweifellos zum Schutz vor einem gezielten Bist des Tyrannosaurus Rex in Genickhöhe gedient haben könnte. Der Triceratops war ein Pflanzenfresser, aber wahrscheinlich sehr territorial und aggressiv, insbesondere bei Bedrohungen durch Raubtiere wie den Tyrannosaurus Rex. Seine Hörner und sein Nackenschild wären effektive Verteidigungs- und Angriffswerkzeuge gegen diesen Räuber. Stellen wir uns nun also einmal das Kampfszenario zusammen. Beginnt mit der Begegnung. In einer offenen Ebene oder einem bewaldeten Gebiet begegnen sich die beiden Dinosaurier. Der T-Rex, der gerade auf der Suche nach Beute ist, könnte also jetzt einen Triceratops ins Visier nehmen. Er würde wahrscheinlich versuchen, den Triceratops zu flankieren oder ihn von hinten anzugreifen, um seine empfindlichen Bereiche zu erreichen. Hierbei könnte er den Hals oder auch die Flanken fokussieren. Ein direkter Frontalangriff wäre äußerst riskant, da der Triceratops seine Hörner und sein Schild effektiv einsetzen könnte. Der Triceratops könnte versuchen, seine Flanke zu schützen, indem er sich dem T-Rex frontal entgegenstellt. Die Hörner wären dann seine primäre Waffe, die er für einen Stoßangriff nutzen würde. Ein gezielter Treffer könnte den Tyrannosaurus Rex schwer verletzen, insbesondere im Brust- und Bauchbereich. Wenn der T-Rex in der Lage wäre, den Triceratops zu flankieren und einen schweren Biss auf den Hals oder die Flanke zu landen, könnte er damit den Triceratops schwer verletzen oder sogar töten. Seine überlegene Körpergröße und Kraft würden ihm in einem langwierigen Kampf zugutekommen. Wenn der Triceratops allerdings einen erfolgreichen Stoßangriff mit seinen Hörnern durchführt, könnte er den Tyrannosaurus Rex ebenfalls ernsthaft verletzen oder auch töten. Insbesondere ein Treffer auf dem Brustkorb oder auf den Hals könnte für den T-Rex das ausbedeuten. Kommen wir also hier zum groben Fazit. Ein Kampf zwischen Tyrannosaurus Rex und Triceratops wäre höchstwahrscheinlich sehr ausgeglichen, abhängig von vielen Faktoren wie der Umgebung, der physischen Verfassung beider Dinosaurier und der Taktik, die sie anwenden würden. Während der Tyrannosaurus Rex in Bezug auf Beißkraft und Mobilität überlegen wäre, hätte der Triceratops durch seine Hörner und den Nackenschild eine effektive Verteidigung und einen ebenso starken Angriff. In einem realistischen Szenario könnte der Kampf entweder tödlich für beide enden oder einer der beiden Dinosaurier könnte schwer verwundet entkommen. Meine unparteiische Meinung dazu, der T-Rex gewinnt, weil er einfach cooler ist. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was meinst du, wer den grausamen Kampf Tyrannosaurus Rex gegen Triceratops gewinnen würde? Schreib es mir gerne in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.